Jo, herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge GTA 5 und ja, wollen wir mal gucken wie es weitergeht hier. Viele werden es wahrscheinlich wissen, die die Story halt schon kennen, so wie ich auch. Also ja, machen wir weiter. Like that? Bobby Bigdick on a nigga, huh? Shit, for real, homie? Oh yeah. Damn, this motherfucker got Robo-Roof and everything, nigga. He should've paid Denizzo. Man, you gotta grind to keep that shit. Now it's back on us. Hell yeah, I wanna see what it do. Hey, hit me on the speakerphone, no? Oh, it's like that? For sure, homie. Oh, ich weiß mal hier, den Typen da folgen. Machen wir das doch. Oh, nee, ne? Das ist ja geil, ne? Frankens Fähigkeit zacktigieren. Was hat er denn für eine Fähigkeit? Ich erinnere mich gar nicht. Oh, wei. Passiert aber nichts, wenn ich das tueke. Wie auch immer. Heizt man hier durch die Gegend. Oh, Junge, was hast du für verrückte Fahrmaßnahmen hier. Fährst du total scheiße. Oh, okay. Oh, scheiße. Crazy Driver hier, ey. Man, man, man. Ich werde mal sehen, ich bin immer interessiert wie das ist mit den Missionen, da gibt es immer so Ziele zu erreichen, wie gut oder wie schlecht man da abschneidet, dass alles so bei mir laufen wird. Junge. Shit, fahr doch mal anständig. Mit so hochwertigen Flundern hier, fallert man auch hier nicht so durch die Gegend. Kaffee, Alter. Kranke Fahrweise hier. Deshalb fährt man nicht in Gegenverkehr. Das ist easy, oder? Oh shit, ey. Ich muss meinen Baum weggehauen. Das ist eine Karte. Komm O, Frank. Bitte, Homie. Wir passen in Union Depository, mhfucka. Das ist ein Superbank? Oh, f**ker, du bist oder das? Dann fass ich mich. Oh, Mann. ja klasse wo fahre ich hier rein, ne sackgaste natürlich, ne, oder was, oah scheiß naja, erstmal weg hier muss Bullen loswerden, ach, was natürlich wieder nicht klappt jetzt hier auf die Schnelle war schon fast dabei, raus und dran hier kacke, kacke, kacke die Baustelle ist jedenfalls keine gute Idee, so viel weiß ich die Brücke auch nicht, aber gut, was solls, vor der Nase los geworden, quasi, ist ja auch nicht schlecht so, wollen wir mal gucken hier Autohaus Franklin kann sich hier neue Missionen abholen, ach so, ja ich weiß nicht, ich weiß nicht, du bist ein Racist und ich nicht mag dich und ich werde dir nicht diese Garte ich werde dir nicht, du hast meine Haut schlafen, du Neonazi hey, du bist alle das gleiche, du bist schade du bist schade, dieser Racist hat mich beschleunigt hey, wassup, Bull, wer du kallend? nein, nein, ich bin niemandem kallend, n**** Mann, was ist das? ich meine, N-Word, ich, ich, das, das nicht cool, Mann, ich sage das ja, du bist richtig, und du musst es richtig halten, weil dieser Mann hier ist ein internationales Geschäftsführer, ein Multiculturalist das, ich hätte nicht besser gesagt haben aber wirklich, vielleicht ist er nicht ein Racist aber ich glaube nicht, dass er genug ist für eine Fahrt wie diese w-w-wait ein bisschen ha 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 ha, dieser Mann hier, ihm? gib ihm einen Hy- das ist ein Fahrrad echtes Mann ha ha ha, ich denke, du bist richtig, Lamar du bekommst einen Tax-Rebate, ich verstehe, Geld ist ein Problem, hm? Geld ist kein Problem Das ist das beste, was ich kenne, wenn er mich wirklich will, er wird alles voll Geld bekommen, was ist das? Look, man, ich muss gehen hey, Samuel, ich bin raus ich hab dich, Homie das ist das beste, man so, Jimmy, wie sind Sie sicher, dass du genug bist? so, jetzt können wir hier erstmal abdüsen dann komm halt mit begib dich zu Franklands Haus, ja, dann machen wir das doch so, jetzt so, jetzt so, jetzt Fuck you, I'll see you at work. Oh, nigga, don't hate me because I'm beautiful, nigga. Maybe if you got rid of that old yee-yee ass haircut you got, you'd get some bitches on your dick. Oh, better yet, maybe Tanisha will call your dog ass if she ever stop fucking with that brain surgeon, the lawyer she fucking with. Nigga. What? What? Nigga. Oh, honey. Y'all tellin' me? Oh, he here. We're living on top of each other and it ain't right. Shoo, shoo, get on out of here. Okay, baby, I'll see you at the time. You hear? I was on the phone, boy, don't be listening. God damn, freeloader. So you can help protect your neighborhood the same way Borden protects America. All you need to do is you have a goal to write a check for $10. Send it in and you'll be sent a certificate of graduation from the Borehead School of Investigation. Along with your badge, gun and smokes, work real crimes, solve murders, kill people with impunity and smoke, just like a real crime fighter. Und wie sieht's aus? Nicht einen Kratzer haben wir geschafft. Konzentrierter Fahrer. Keine Ahnung. Sieger? Ich wüsste nicht, wie man da siegen soll jetzt. Wir kommen in Frieden. Ja. Hm. Keine Ahnung. Aber da geht das schon los. Mit diesen Errungenschaften wohl, ne? Ehe, um mich umzuziehen. Ach so, man kann die Mission nochmal spielen. Ja, das ist ja schon mal gut. Dass ich vielleicht doch nochmal diese Errungenschaften holen kann dann im Nachhinein. Rockstar Editor, Pause-Menü können benutzt werden, Mainz-K-ATV, GT500 Clips kreieren, blablabla. Atomic Luftschiff. Übergabeort liefern zu müssen. Aha. Äh, ja. Ist ja jetzt auch, äh, neue Version hier, ne? Oder er ist vor kurzem nochmal gepatcht, oder was? Ja. Gut. Speichern wir erstmal. Seinen ersten Speicherpunkt hier. Ich will das ja, genau, einen neuen Spielstand anlegen. So. Damit ich, äh, für mich selber auch nochmal einen eigenen Spielstand habe. Eben. Wie sieht denn das jetzt aus? Kann ich denn das wieder speichern und starten? Automatisch speichern kann ich das wieder anschalten, ne? Jawohl. Sehr schön. So. 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 Was ist denn los? Die ist da drauf. Wieso ist das Essen noch nicht fertig? Oh, da ist ein Speicherhörig, meine Wegen. Oh, da ist ein Speicherhörig, meine Wegen. Hey, was geht's, ne? Der Markt, mein Junge. Liquidität ist eine B***. Geh hier, damit ich dir die neue Repo-Liste geben kann. Okay, Alter. Ich werde hierher, wenn ich eine Chance bekomme. Okay. Ja, dann fahren wir doch mal da hin und, äh, machen die nächste Mission hier. GPS. Aha. Aber irgendwie... Drücke ich die verkehrte Taste, oder? Das ist bescheuert. Ich mach das anders. Ich geh hier über die Map. Zap. So. Wie gewohnt. Vorsicht. So. Dann fahren wir doch mal rüber und schauen, was es gibt hier. Ja. Oh, komm, komm. Ein schöner Parkplatz hier, ja. Ja, läuft doch. Alter, was ist denn hier los, ey? Da ist ein Abonation um die Ecke, da wird Probe geschossen, oder was? Ja, die Amis, ne? Waffen und so. Alles klar. So, dann schauen wir mal an. Angestellte des Monats. Ja, das war's. Ja, das war's. Ja, ich bin, Lamar, dein Junge, Sacha mit der Twitch. Das war's. 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 Of course this dude real. Who else going how to require a surplus of paper and deficiency of brain cells? He just put a dub down on this bike. 20 G's? With a 3 G note? Damn the fuck must be tricked out dawg. Man, this whole setup designed to take drug money. Alright man, look. We go in quiet. In and out. No fucking drama. I'll try homie, but I'm one loud dramatic brass crazy greedy shooter motherfucker in the back type motherfucker. And you love me for it nigga. That's right homie. Nothing but love nigga. I'd see me as a funny dude though. It's gonna be a shame when we get to book his ass and jack him for all this shit. What the fuck are you talking about? You're a psychotic motherfucker. Gucken ob ich mich erinnere hier an wie's weitergeht. Should be is the story of your life asshole. Was soll ich ihm folgen? Ja ok, machen wir das. I'm gonna make this look easy. I think this crazy motherfucker wants something. Hey what's up, homie, you alright? No way, wait, wait, wait for me! Uh, for example agents? Uh, uh, uh. Yeah, you thought I was gonna hit your bitch ass, huh? Drunk ass nigga. Be cool nigga. Ha 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 ha. Tritt mir nochmal drauf. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Yeah, that's right. Keep it moving, bitch. Man, I don't like this shit one bit. So, eigentlich sollte man Motorrad holen, ne? Hey look, let's keep it smooth homie. Man, your pussy the only thing that smooth up in this shit. Man, what exactly did I do in the past like to deserve your stupid ass? This is a routine lick, dawg. Chill. Do the invagos look routine? This is a shady ass app. Shit, we in Vespucci Beach. We on the wrong side of Vespucci Beach. You should know, a block next is a difference. Hey, 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 hold up. It's in one of these lock up. I'm looking for the garage. Yeah, which one we first take? I'd say the one here. Bam. I woulda just got my ass beat over a fucking gun, right? Dammte Scheiße. What's crumpting this one here with that boy? Shed, on your left! Find your bitch ass to cover! Aaah, nigga need help! Aaaaah, you're a fucking fucker! Damte Scheiße. Aaaaah. das ist ja big gangster spielen wegen diesem trottel hier da mitte scheiße Da oben ist es so. So. Schnapp dir das Motorrad, du wirst super, alter. Das ist eine Pfeife. Bleib mir bloß fort ey. Kehrt zurück zu Lamaya, geil ey. Alter so eine Pfeife ey. Soll ich ihn jetzt noch kriegen, wer ist doch jetzt hier sonst wo. Nein. Ah. Dampfe Scheiße ey. Das war ja klar ey. Motorradfahrer ist entkommen ey. Super. Boah. Erneut versuchen. Jetzt muss ich mich nochmal durchschießen neu hier oder was. Na nicht ganz. Na gut. So jetzt lauf. Steig ein in die verdammte Möhre hier ey. Seht zu Junge. Komm komm. So jetzt hier oder was. So jetzt hier oder was. Voll zu Prozess hier. Zack. Mal gucken ob wir die Cops los werden hier. Könnte klappen. Die Garage kommt mir grad ganz gelegen. Das sieht ganz nett aus. Aber sie kommen auch näher. Das könnte auch. Ne. Hat geklappt. Das ist geil. Was ist das Baby Manohau-lesy ja. Oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh. Wackehle sich hier. Oh, shit. Nigga, that's that Apache blood in me, homie. You ain't lucky, I ain't do a flying tomahawk to scout with their motherfucking ass. Hey, it's klar. Can't report the asses of a dead man, big sitting chief asshole. Nigga, and we ain't going to neither, nigga. I'm gonna keep this motherfucking for myself. Tell Simeon we couldn't recover. You fucking tell him, you fucking moron! Hm. Entstanden. Neue Wege, Kopfschüsse. Ja, okay, Kopfschüsse hätte ich jetzt wahrscheinlich schaffen können, ne? Aber gut. Ah, da ist mein Online-Account, okay. So kann man dann auch dorthin wechseln. Ich bin ganz in der Nähe von zu Hause zum Speichern, ne? Steigen wir über den Zaun. Das ist auch cool. Speichern wir eben ab und dann beende ich diesen Teil hier, diesen Part. Äh, oh, ist ein bisschen zu weit. Woher haust? Yo. So, so viel erst mal zu GTA 5. Ähm. Ja, sollte der hier sein. Alles klar. Dann, äh, bis bald, wenn es wieder heißt GTA 5. Ciausen. Tschau'sen. Ja. Ja.